Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie ihr eine super effiziente, einfach nachzubauende, vollautomatische Froschlichtfarm in Minecraft bauen könnt. Wie ihr seht, gibt es seit der 1.19 sehr, sehr schöne, schicke Froschlichtblöcke und diese kann man mit der Farm in wirklich sehr, sehr großen Mengen und sehr einfach in Minecraft farmen. Ich möchte euch an dieser Stelle einmal kurz erklären, wie die Technik hinter dieser Farm funktioniert. Die Technik ist denkbar einfach. Ich habe einen Spieler, der im AFK-Modus am Höhepunkt der Welt im Neta steht. Das heißt, um den Spieler herum, 128 Blöcke, werden Monster gespawnt und dadurch, dass wir uns so hoch im Himmel befinden, können ausschließlich Magma Cubes spawnen. Der Grund, warum hier nur Magma Cubes spawnen können, ist, dass wir uns im Basalt-Delta-Biom befinden, das heißt, hier können nur Magma Cubes spawnen. Die Magma Cubes spawnen bei uns in der dafür vorbereiteten Plattform bzw. in der Farm und versuchen dabei, den Eisengolem anzugreifen. Der Eisengolem kriegt dabei keinen Schaden und die Magma Cubes fallen im Idealfall in mittlerer, kleiner und großer Größe hier unten in unserer Killkammer. Dort werden sie durch den Schnee, durch den Powder-Schnee, klein gemacht bzw. kriegen Damage, bis sie dann irgendwann die kleinste Form erreicht haben. Sobald die Magma Cubes in kleinster Form sind, können diese von den Fröschen angegriffen werden und wenn ein Frosch einen ganz kleinen Magma Cube killt, werden aus diesen Fröschen Froschlichtblöcke. Die werden letzten Endes dann vom Hopper-Mine-Card hier eingesammelt und unten in die Kiste transportiert, bis wir da anschließend mehrere tausend Lichtblöcke bzw. Froschlichtblöcke die Stunde gefarmt haben. Bevor wir mit dem Tutorial starten, möchte ich an dieser Stelle Credits geben. Das Farm-Design ist in diesem Fall von mir, nichtdestotrotz habe ich mich an drei verschiedenen anderen Designs orientiert und jeweils die besten Design-Elemente zusammen zu diesem Design zusammengefasst. Die Links zu den drei Kanälen bzw. zu den drei Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor wir mit dem Tutorial starten, werfen wir einmal einen Blick auf die Materialien. Wie ihr seht, werden für das Aufsammelsystem ein paar Rats und Komponenten benötigt, genauso wie allgemein natürlich eine Menge an Baublöcken, die ich hier nicht einzeln aufgelistet habe. Viele Elemente, die ich aus Glas gebaut habe, könnt ihr natürlich auch entsprechend aus Cobblestone oder anderen Blöcken bauen. Guckt einfach da, was ihr gerade zur Hand habt. Ansonsten wird noch alles für ein Eisengolem benötigt, 49 Half-Slaps. Insgesamt, das ist jetzt wichtig, 49 Eimer mit Schneepuder bzw. mit Powdered Snow, genauso wie 32 Frösche, die ich euch später erkläre, wie ihr die im Survival-Modus bekommen könnt. Ansonsten werden noch ein paar weitere Baumaterialien wie Mauern und Scaffolding-Blöcke benötigt. Sucht euch am besten an dieser Stelle einmal die Materialien zusammen und dann starten wir mit dem Tutorial. Los geht es mit dem Tutorial, indem wir uns zum ersten Schritt einmal im Neta ein passendes Biom suchen. Das passende Biom für diese Farm ist das Basalt-Delta-Biom und dieses erkennt ihr, denke ich mal, an seiner ganz eigenen Struktur. Der Grund, warum wir das Basalt-Delta-Biom für diese Farm benötigen, ist ganz einfach. Und zwar ist es so, dass in diesem Basalt-Delta-Biom ausschließlich die Magma-Slimes bzw. diese Magma-Cubes und zusätzlich auch Gas spawnen können. Das heißt, wenn wir in einem Basalt-Delta-Biom diese Farm bauen, spawnen innerhalb der Farm ausschließlich Magma-Cubes und das ist genau das, was wir wollen. Nachdem ihr also so ein Biom gefunden habt, müssen wir uns in diesem Biom einmal nach ganz oben graben. Sobald wir oben angekommen sind, wollen wir jetzt auf das Dach des Netas kommen. Dazu habe ich mal ein ausführliches Tutorial gemacht. Kurz zusammengefasst, ihr sucht einen Punkt in der Decke. Wenn ihr diesen anschaut, habt ihr die Höhe 127 und hier könnt ihr euch nun auf die Leiter stellen. Dazu zeige ich euch das jetzt einmal im Survival-Modus. Ich bin jetzt hier auf der Leiter, gehe so hoch wie es geht, ziele mit der Ender-Perle hier vorne an die Decke bzw. an die Ecke der Leiter und bin so dann ganz einfach oben auf dem Dach des Netas gelandet. Sobald ich hier oben angekommen bin, kann ich jetzt mir hier einmal mein Portal aufbauen und so ganz einfach immer wieder hier auf das Dach des Netas kommen. Sobald wir auf dem Dach des Netas angekommen sind, müssen wir nun die Position unserer Farm raussuchen. Wichtig zu beachten ist, dass die Farm vollständig im Basalt-Biom ist. Das heißt, prüft, sobald ihr einmal den Mittelpunkt der Farm festgelegt habt, dass in jede Himmelsrichtung, ich würde mindestens sagen so 20, 25 Blöcke, weiterhin das Basalt-Delta-Biom ist. Nun suchen wir einmal den Mittelpunkt raus und da wir mit einem Aufsammelsystem mit Schienen arbeiten, würde ich euch empfehlen, dieses Schienensystem in der Mitte eines Chunks zu machen, sodass die Schienen nicht über eine Chunk-Grenze führen. Die Chunks könnt ihr mit F3 und G, indem ihr die Tasten gleichzeitig drückt, einmal sichtbar machen. Das heißt für uns, wir suchen uns jetzt einmal einen Mittelpunkt aus, prüfen, ob hier überall ringsherum noch Basalt-Delta-Biom ist und bauen jetzt hier eine Plattform, die insgesamt 7x7 Blöcke groß ist. Nachdem die Plattform fertiggestellt ist, gehen wir jetzt noch einmal an zwei Seiten und erweitern hier gegenüberliegend die Plattform, sodass wir insgesamt eine Gesamtfläche von 7x9 Blöcken haben. Nun ist es an der Zeit, das Aufsammelsystem zu bauen. Dieses ist das klassische Aufsammelsystem, was man sicherlich auch aus vielen anderen Farmen kennt. Und wir setzen jetzt auf eine der Längsseiten einmal eine Power-Trail und lassen jetzt hier über die Gesamtstrecke einmal ein Schienensystem in Schlangenform gehen. In der Mitte gehen wir zusätzlich hin, entfernen die Blöcke, platzieren hier Redstone-Blöcke und setzen dann auf diesen einmal eine Power-Trail, sodass das Minecart nachher genügend Schwung hat. Am Ende der Schlangenlinie angekommen, platzieren wir nun einmal einen vollen Block, der das Minecart stoppt und wieder zurückschickt. Um das Minecart zurückzuschicken, platzieren wir hier vorne ein weiteres Redstone-Signal und eine Power-Trail. Das Minecart würde nun, sobald es gegen den Block fährt, wieder zurückfahren. Nachdem wir das gemacht haben, bauen wir nun einmal die Auslademechanik, die wir ein Stückchen von der Farm wegführen müssen, sodass wir hier nicht nachher mit der Farm in Berührung kommen. Das heißt, wir führen es hier um die Ecke und bauen jetzt hier eine ganz einfache Aufsammelmechanik, die ihr natürlich beliebig erweitern könnt. In meinem Fall gehen wir jetzt hier ein, zwei Blöcke nach oben und platzieren hier einmal eine Kiste, in der nachher die Froschlichter aufgesammelt werden. In die Kiste lassen wir mit Shift-Klick einen Hopper zeigen und nun nehmen wir hier vorne einmal einen Block mit einem Blockabstand und setzen hier noch einen weiteren. Nachdem wir das gemacht haben, können wir hierauf nun einmal die Power-Trail platzieren, nehmen uns jetzt einmal einen Redstone-Comperator, der erkennt, ob sich hier im Hopper Items befinden. Ist das der Fall, gibt er das Signal hier vorne an den Block weiter, damit wird dann eine Redstone-Torch bepowert, beziehungsweise nicht mehr bepowert und diese Redstone-Torch gibt dann das Signal an den Repeater weiter, beziehungsweise deaktiviert es so lange, wie die Items hier aus dem Hopper-Minecart entladen werden. Das heißt, platziere ich jetzt hier ein Hopper-Minecart mit Items drin, schiebe das dieses los, fährt es so lange weiter und bleibt die Sorge drauf stehen, bis es vollständig entladen ist und sobald das der Fall ist, wird die Redstone-Schiene wieder aktiviert und das Hopper-Minecart würde jetzt hier die Froschlichter einsammeln. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch das Lager beliebig erweitern, nehmt dazu einfach mehr Kisten, mehr Hopper und schon habt ihr genügend Platz für eure Froschlichter. Sobald das Schienensystem steht, können wir mit dem Bau der eigentlichen Farm beginnen. Wir gehen nun einmal hin und platzieren hier auf die Schienen einmal eine Half-Slap, sodass wir hier eine Grundfläche von 7x7 Blöcken erhalten. Sobald die Grundfläche fertiggestellt ist, müssen wir nun einmal eine Umrandung bauen. Wir gehen jetzt hier vorne hin an die Seite und setzen hier 1, 2, 3, 4 Blöcke und die Umrandung ziehen wir nun einmal um die komplette Farm. Die Umrandung ist fertig und nun fehlt noch ein weiterer Block, um die Farm quasi hiermit mit dieser Killkammer nutzen zu können. Und zwar ist das der Pulverschneeblock, den wir nun einmal mit einem halben Block Abstand hier quasi über den nach unten ausgerichteten Half-Slap platzieren, der dafür sorgt, dass die mittleren und großen Magma Cubes zu kleinen Magma Cubes werden, die dann wiederum die Frösche attackieren können, dass dann aus diesen kleinen Magma Cubes die zukünftigen Froschlichter werden. Nachdem wir den Pulverschnee nun einmal über die komplette Fläche gezogen haben, sind wir im Grunde genommen mit der Kill-Einheit fertig. Im nächsten Schritt würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Ganze im Survival-Modus macht, nun einmal die Frösche in die Farm zu bringen. Insgesamt sollten wir bei einer Grundfläche von 7x7 ungefähr 30 Frösche, das ist so das, was die Idealform ist, hier vorne in die Farm transportieren. An dieser Stelle möchte ich nun einmal an die Leute von euch, die sich bisher nicht mit den Froschmechaniken auskennen, ein paar grundlegende wichtige Informationen geben. Es ist grundsätzlich so, dass wir drei verschiedene Froschlichtfarben erhalten können und je nachdem, welche Froschlichtfarbe wir haben wollen, benötigen wir einen anderen Frosch. Es gibt insgesamt drei verschiedene Typen von Fröschen, einmal den gemäßigten Frosch, den kalten Frosch und den warmen Frosch. Wie man diese bekommt, zeige ich euch an dieser Stelle. Grundsätzlich ist es so, dass man immer den gemäßigten Frosch bekommt, wenn man den auf der natürlichen Art und Weise in Minecraft spawnen lässt. Das heißt, ihr sucht euch einen Mangrovenbiom bzw. einen Sumpfbiom und findet dort diese Art von gemäßigten Fröschen. Diese können wir nun einmal paaren, nicht indem wir die mit dem Wassereimer überschütten, aber indem wir beiden einmal einen Slimeball zu essen geben und die Frösche gehen nun einmal zur nächsten Wasserquelle und legen dort einmal ihre Eier. Sobald die Frösche die Eier gelegt haben, müssen wir nun zehn Minuten warten, bis aus diesen Eiern Kaulcrabben wird. Nachdem die Eier geschlüpft sind, sind hier jetzt die ersten Kaulcrabben unterwegs. Diese müssen wir jetzt einmal, ähnlich wie man das auch bei den Fischen tut, mit einem Eimer einsammeln und dann zu verschiedenen Orten transportieren, damit wir dort aus den Kaulcrabben verschiedene Arten von Fröschen bekommen. Wie bereits erwähnt, gibt es drei verschiedene Arten von Fröschen. Die gemäßigten, also orangenen Frösche bekommt ihr in Biomen, die nicht zu warm sind, die kalten Frösche, das sind die grünen, bekommt ihr in Biomen, die kalt sind, wie zum Beispiel Schneebiome und die warmen Frösche bekommt ihr, wenn ihr die Frösche bzw. die Kaulcrabben in warmen Biomen wie in der Wüste schlüpfen lässt. Das heißt, ihr nehmt jetzt eure Kaulcrabben, platziert die am besten einmal hier im Wasser und wartet, bis diese geschlüpft sind. Sobald eure Frösche dann geschlüpft sind, könnt ihr diese ganz einfach an die Leine nehmen und zum Beispiel über das Netter oder mit Minecarts und Booten zu eurem Farmort befördern. Sobald ihr ca. 30 Frösche hier vorne in die Farm transportiert habt, ist die Farm einsatzbereit. Ich würde euch empfehlen, wie gesagt, drei Frösche von jeder Sorte in die Farm zu transportieren, sodass wir dann auch oder ihr auch dann die verschiedenen Froschlichtfarben ganz einfach farmen könnt. Weiter geht es jetzt mit dem Bau der Spawnflächen. Wir gehen jetzt einmal an den Rand unserer Sammelkammer und gehen vom Mittelpunkt aus insgesamt 10 Blöcke zusätzlich noch weiter nach hinten. Dies machen wir nun auch einmal über die komplette Seite und in alle vier Himmelsrichtungen. Um die Plattform nun zu vervollständigen, müssen wir noch die Seiten diagonal verbinden. Wir gehen also einfach hier vorne hin und gehen jetzt mit einem Block von der Seite entfernt diagonal rüber, sodass wir hier ein großes Achteck letzten Endes erzeugen. Hier füllen wir natürlich auch die Flächen auf und ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, dass wenn ihr die Farm effizienter machen wollt, ihr natürlich auch an dieser Stelle mehrere Ebenen übereinander bauen könnt. Die Fläche größer machen ergibt keinen Sinn, da ansonsten die Magma Cubes nachher vom Iron Golem nicht mehr sozusagen gesehen werden können, beziehungsweise die Magma Cubes den Iron Golem nicht mehr sehen können und deshalb dann an der Seite rumstehen würden. Weiter geht es jetzt mit der Umrandung unserer Froschlichtfarben. Dazu nehmen wir uns eine Mauer und platzieren diese auf Höhe des Bodens. Insgesamt machen wir das Ganze drei Block hoch und umrunden damit nun einmal die komplette Farm. Der Grund, warum wir hier eine Mauer nehmen, ist ganz einfach und zwar ist es so, dass die Magma Cubes theoretisch hier an den Rändern spawnen können. Die Mauern sind etwas kleiner als einen Block, das heißt selbst auf den Randblöcken können mittelgroße Magma Cubes spawnen. Nachdem ihr die Umrandung einmal um die Froschlichtfarm gezogen habt, ist es jetzt an der Zeit den Eisengolem in die Mitte zu platzieren. Das Ganze ist wie gesagt super einfach und wird jetzt gleich die Farm dann richtig zum Laufen bringen. Wir gehen einmal hin und markieren uns einmal die Mitte. Ich würde euch empfehlen das Ganze entweder mit einem Half Slap zu machen oder mit einer Eisentraptor, die auf der gleichen Höhe ist, wo auch die Magma Cubes spawnen. Nachdem wir nun den Mittelpunkt einmal markiert haben, nehmen wir uns eine Mauer und umranden diese mit weiteren Mauern, sodass wir dann die Mauer in der Mitte entfernen können, wo nachher den Platz sozusagen damit schaffen, wo nachher der Eisengolem steht. Nun umranden wir das Ganze nochmal mit weiteren Mauern, sodass der Eisengolem durch die Magma Cubes nicht angegriffen wird. Und jetzt nehmen wir uns ein, zwei temporäre Blöcke und platzieren hier einmal die typische T-Form, wo jetzt hiermit gleich der Eisengolem spawnt. Wir entfernen zuvor die beiden temporären Blöcke, spawnen den Eisengolem und er sollte nun perfekt in die Mitte fallen. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir jetzt einmal hier vorne hin, platzieren zwei weitere temporäre Mauern und platzieren hierauf einmal eine weitere Trapdoor und auf diese Trapdoor bauen wir wieder eine weitere Umrandung, die letzten Endes dafür sorgt, dass die Magma Cubes, vor allem die kleinen und großen, den Eisengolem nachher keinen Schaden hinzufügen können. Möchtet ihr die Farm erweitern und noch eine weitere zweite, dritte, vierte Spawnebene hinzufügen, könnt ihr das jetzt an dieser Stelle tun. Ihr seht, der Aufbau ist genau gleich, das heißt ihr würdet jetzt hier auf die Höhe der Trapdoor hingehen. Ich gehe jetzt mal hier mit einem temporären Block hin und hier quasi die nächste Ebene einziehen, sodass wir dann hier zwischen den Spawnebenen insgesamt zweieinhalb Blöcke Platz haben. Im Falle dieses Tutorials möchte ich, dass wir keine weiteren Ebenen hinzufügen, da wie gesagt eine Ebene meiner Meinung nach mehr als ausreichend für jede normale Multiplayer- und Singleplayer-Welt ist. Das einzige, was wir nun noch tun müssen, ist zu verhindern, dass Gasts in der Farm spawnen können. Ich habe es gesagt, in diesem Basalt-Delta-Biom ist es so, dass Magma Cubes und Gasts spawnen können und die wollen wir natürlich auch zur Sicherheit nicht in dieser Farm haben. Das heißt, wir nehmen uns jetzt Glasblöcke und setzen diese an die obere Umrandung und gehen jetzt vom Mittelpunkt aus einmal bis zur Umrandung an der Seite rüber. Nachdem wir das Glas auf allen vier Seiten eingezogen haben, müssen wir jetzt weiteres Glas platzieren, um Gasts spawnen zu verhindern und auch zu verhindern, dass die großen Magma Cubes hier auf das Glas springen können. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier von unseren Mittelpunkten aus und sorgen dafür, dass wir hier eine Lücke haben zwischen den Glasblöcken, die maximal zwei Blöcke groß ist. Das heißt, von diesen Punkten hier vorne können wir jetzt hingehen und weitere Glaslinien ziehen und achten, wie gesagt, dabei darauf, dass die Lücke hier zwischen zwei Blöcke groß ist. Ich mache das dieses Mal jeweils Viertel für Viertel, platziere hier mir meine Glas rein, bis ich dann hier ein schickes Muster aus Glas habe. Das fertige Glas Muster sollte ungefähr nun so aussehen und jetzt sollten keine Gasts mehr in der Farm spawnen können und die großen Slimes bzw. die großen Magma Cubes, so ist es richtig, sollten nicht mehr hier auf diese Blöcke hüpfen können. Nachdem wir das also jetzt gemacht haben, ist die Farm einsatzbereit und wir müssen uns an den richtigen AFK Punkt begeben. Ich würde dazu euch empfehlen, einmal hier in der Mitte ein paar Scaffolding-Löcke aufzubauen und wir setzen die jetzt so lange, bis wir bei der maximalen Bauhöhe im Nähte angekommen sind, die eine Bauhöhe von 255 Blöcken betragen sollte. Ganz oben angekommen, können wir uns jetzt eine kleine AFK-Plattform bauen, auf der wir uns dann hinstellen, solange wir die Farm nutzen wollen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ob die Farm, sieht aber schon mal so aus, richtig funktioniert. Ich habe mich jetzt dazu einmal in den Spectator-Modus begeben und ich stehe sozusagen als Spieler jetzt hier oben auf der Plattform. Dadurch, dass jetzt hier die Monster nur in einem 128 Block großen Radius um den Spieler herum spawnen können, bedeutet das für uns, dass keinerlei Monster mehr in der unteren Teil, sozusagen unterhalb der Decke des Nähters mehr spawnen können und alle Magma Cubes hier bei uns in der Farm spawnen. Das heißt für uns, die Farm ist besonders effizient und all die Magma Cubes spawnen jetzt auf unserer Spawn-Plattform. Ihr seht, mit bereits einer Ebene spawnen super, super viele Magma Cubes, diese versuche den Eisengrolem anzugreifen, fallen letztendlich in das Loch in den Schnee, werden dort kleiner gemacht und letzten Endes dann von den Fröschen in Froschlichter umgewandelt. Das Ganze klappt ziemlich gut, selbst nach ein paar Minuten laufend ist die Farm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr effizient und ihr bekommt so große Mengen an Froschlichtern und auch Magma Cream. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Tutorials angekommen. Wenn euch die automatische Froschlicht-Farm gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr eure Fragen, Verbesserungswünsche und Anregungen in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut in meiner Tutorial-Playlist vorbei, ich habe über 200 weitere Minecraft-Tutorials gemacht und da ist bestimmt auch für dich noch das Richtige dabei. Dankeschön an dieser Stelle fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachbauen.